Der oberste Verfolger aller Ketzer ist unterwegs, der Großinquisitor. Er versteht die Weite der spanischen Königreiche als den Weinberg Gottes, in dem er alles Unkraut auszurotten hat, mit Feuer und Schwert. Die Ankunft des Inquisitors macht die Mauer in der Stadt zu Gefängnismauern. Von diesem Augenblick an darf niemand mehr die Stadt verlassen. Mit dem Auftritt des Großinquisitors beginnt eine gespenstische Szene. Schon die Titel seiner Ernennungsurkunde strahlen Macht aus. Bruder Thomas de Torquemada, Mönch des Ordens der Predigtbrüder, Beichtvater des Königs und der Königin, Generalinquisitor in all ihren Königreichen und Besitzungen, ernannt und bevollmächtigt durch den heiligen apostolischen Stuhl. Der Schatten der Inquisition legt sich über alle. Der Inquisitor wird dazu auffordern, jeden anzuzeigen, der irgendwie verdächtig ist. Kinder sollen ihre Eltern, Eheleute ihre Partner, Nachbarn ihre Nachbarn denunzieren. Die Predigt des Großinquisitors schüchtert die Zuhörer ein. Das einfache Volk ahnt die Macht der Inquisition. Wer nicht für sie ist, ist gegen sie. Vor dem Tribunal der Geschichte ist Torquemada der eiskalte Architekt der Verfolgung von Andersdenkenden, der herzlose und grausame Fanatiker. Er selbst sieht sich anders. In Segovia war der junge Thomas de Torquemada in das Dominikanerkloster Santa Cruz eingetreten. Hier bildet sich das Weltbild des Mönchs. Die katholischen Könige kniend vor der Mutter Gottes, aber über ihnen, unmittelbar vor dem gekreuzigten Jesus, die Dominikaner. Der Maler Pedro Berguete stellt Dominikus, den Gründer des Dominikanerordens, als Großinquisitor dar, der den Vorsitz des sogenannten Autodafé führt, dem Akt des Glaubens. Wo er ist, ist oben. Die Angeklagten sind unten, umgeben von ihren Häschern, in entwürdigender Nacktheit, inmitten eines öffentlichen und deshalb umso mehr demütigenden Schauspiels. Rastlos eilt der Großinquisitor übers Land. Seine Bilanz in 18 Jahren zwischen 5000 und 10.000 Menschen, die auf dem Scheiterhaufen enden. Das Feuer der Inquisition ist zum Instrument des Terrors geworden. Tomás de Torquemada ermächtigt und unterstützt von allerhöchster Autorität. Im Jahr 1488 Bulle des Papstes Innozenz des VIII. Er ermächtigt den Bruder Tomás de Torquemada, Generalinquisitor dieser Königreiche, zur Ernennung von zwei Notaren für die Angelegenheiten der Inquisition. Im Kloster Santa Tomás in Ávila ist das Andenken an Torquemada, den Gründer des Klosters, lebendig, obgleich sein Grab verschollen ist. Der Chor, in den die heutigen Dominikaner einziehen, diente zu Torquemadas Zeiten auch als Tribunal. Der Großinquisitor gilt einigen bis heute als ehrenwerter Mann. Er habe Spanien durch seine Intoleranz und Härte im Glauben geeint und damit vor den Religionskriegen bewahrt, die wenige Jahrzehnte später das übrige Europa verwüsteten. Nach alten Prozessakten rekonstruieren wir die Geschichte eines angeblichen Kindermordes. Auch Torquemada sollte ermordet werden. Der Versuch scheitert. Der Bedrohte wird zum Richter. Ein klarer Fall, so scheint es. Du bist angeklagt, ein christliches Kind ermordet zu haben, ihm das Herz aus dem Leib gerissen und daraus ein Gift gezaubert zu haben. Mit diesem Gift wolltet ihr mich, den Generalinvisitor, töten. Wer waren deine Mittätern? Die Anklageschrift gleicht einer Schauerlegende. Im Schatten der Kathedrale von Toledo sollen skrupellose Juden ein Verbrechen vorbereitet haben. Sie wollen die Inquisitoren ermorden. Sie entführen einen Jungen, den sie vor der Kirche aufgreifen. Im Dorf La Guardia wird er gefangen gehalten. Die alten Leute in den Straßen von La Guardia erzählen die Geschichte vom Kindermord weiter und auch, dass die Verschwörer in ihrer Kirche einen Helfershelfer hatten, den Sakristan. Er sollte die geweihte Hostie beschaffen, die mit Gift getränkt den Großinquisitor töten würde. In einer Höhle am Berg wird das entführte Kind bis aufs Blut gequält und am Karfreitag von den Juden gekreuzigt, so die Legende. Der Großinquisitor selbst überwacht die Stadt. Vor allem die zwangsgetorften Juden werden beobachtet. Wer kein Schweinefleisch isst oder am Sabbat nicht arbeitet, wird verdächtigt, insgeheim rückfällig geworden zu sein. Jeder Verdacht, jede Denunziation wird registriert. In besonderen Briefkästen kann jeder jeden anzeigen. Das Zusammenspiel zwischen Schreibtischtätern und eingeschüchterten Bürgern funktioniert unter der Oberfläche einer scheinbaren Normalität so kalt und gnadenlos wie eh und je. Die Inquisition wird zur spanischen Inquisition. Die katholischen Könige, wie Isabella und Ferdinand bald genannt werden, verschmelzen die alten religiösen Traditionen des Landes mit der Glaubenslehre des Christentums. Alles Fremde und Andersgläubige, wie Juden und Moslems, soll vertrieben oder ausgebrannt werden. An diesem magischen Ort hatte Kastiliens Ritterschaft die 23-jährige Isabella zur Königin gewählt. Die rätselhaften Stierfiguren, vor über 2000 Jahren aus Granit gemeißelt, waren Zeugen heidnischer Opferrituale. Mit der Wahl Isabellas wird hier wieder über das Schicksal von Opfern entschieden. Unter der neuen Königin beginnen harte Zeiten der Verfolgung Andersdenkender. Es beginnt aber auch das goldene Zeitalter Spaniens. Die Herrscher der Vereinigten Königreiche nehmen ihre Residenz in Segovia. Im Alcazar hatte die junge Isabella als Thronfolgerin einen Beichtvater, den Dominikanerpater Torquemada, den späteren Großinquisitor. Seit Jahrhunderten ist Spanien der Schauplatz eines erbitterten Ringens zwischen zwei Kulturen, der muslimischen und der christlichen. Auf beiden Seiten Burgen mit mächtigen Wehrtürmen. Die Burgherren führen ein selbstherrliches Regiment. Isabella und Ferdinand aber brechen den Widerstand ihrer Granden. Die Zeit ist gekommen für die endgültige Rückeroberung Spaniens durch die Christen. Immer dabei der Inquisitor. Er begleitet das Königspaar nach Süden. Alle Ungläubigen müssen bekehrt, vertrieben oder getötet sein. Als Kalif Buabdil, der Herrscher Granadas, 1492 kapituliert und der Königin Isabella die Schlüssel der Stadt übergibt, gehen 800 Jahre maurischer Herrschaft in Andalusien zu Ende. Isabella nimmt die Kunst und Architektur der orientalischen Baumeister gern in Anspruch. Die feine Lebensart und den Luxus der Herrscher aus dem Morgenland weiß auch Ferdinand zu schätzen. Dem Großinquisitor jedoch ist die üppige wohlgeordnete Lebenswelt der Mauern ein Gräuel. Ihn treibt die Angst, auch Muslime könnten sich, wie viele Juden, zum Schein taufen lassen, heimlich aber an ihrem alten Glauben und an ihrer Kultur Spürt er vielleicht, welch geistige Kraft von dieser überwältigenden Schönheit ausgeht? Die Brücke über den Tacho führt nach Toledo. Hier im Zentrum des jüdischen Lebens in Spanien schlägt Torquemada eines seiner Hauptquartiere auf. Wo heute im Palacio Lorenzana die Universität ihren Anspruch auf Wissen und Weisheit geltend macht, richtet die Inquisition ihre Zentrale ein. Erhalten blieb nur der Grundriss. In zahllosen Räumen wurde der Glaube verwaltet und die Verfolgung der Gegner organisiert. In den Schreibstuben führten Notare und Sekretäre die Prozessprotokolle und Personalakten. Der Kopf dieses Apparates ist Torquemada. Seine Helfer, die Familiares, schwärmen aus, um Ketzer aufzuspüren, tauchen überraschend auf, ergreifen ihre Opfer. Spanien verändert sich in diesen Jahren. Wo maurische Bauern ihre Gärten bestellten und ihre Bewässerungsanlagen bauten, schicken die neuen Herren nur noch Schafherden übers Land. Gut für sie, aber die Bauern verarmen. Das sonnendurchglühte Land der Mancha verkastet. Rila Nueva de los Infantes ist heute ein verträumtes Provinzstädtchen in der Mancha. Zur Zeit der katholischen Könige ist sie die Domäne der Thronfolger. Die ritterlichen Mitstreiter werden mit Ländereien belohnt. Villanueva wird zu einem Zentrum von Kunst und Kultur. In diesen Häusern ging Spaniens Nationaldichter Miguel de Cervantes, der Schöpfer des Son Quijote und seines Dieners Sancho Panza ein und aus. Auch Cervantes wird seine Bekanntschaft mit der Inquisition machen. In Villanueva steht noch das Haus der Inquisition. In Spanien sind nur wenige der Amtssitze bis heute erhalten. Auch dieser hier verfällt langsam. Einst gingen Torquemadas Agenten hier ein und aus. Über dem Tor das Wappen der Heiligen Inquisition, das Kreuz mit Knochen und Totenkopf. Im Folterquartier von damals wohnt heute eine Familie. Die Spuren der Vergangenheit sind immer noch sichtbar. An diese Säule wurden die Gefangenen gekettet, bevor man sie zum todbringenden Verhör führte. Zu wem habt ihr das Herz des Kindes gebracht? Zu Moses Aber Namias den Zauberer von Samoa? Wenn du nicht gestehst und nicht auch deine Komplizen anzeigst, werden wir dich mit anderen Mitteln zur Wahrheit bringen müssen. Die anderen Mittel, das meint die peinliche Befragung, das Verhör mit den verschiedenen Steigerungsstufen des Folterrituals. Das Instrumentarium der Folterkammern ist grauenerregend. Die Streckbank zur zusätzlichen Qual mit Stacheln aus Hartholz bestückt. Der Folterstuhl Ausgeburt der Verachtung des Menschen für seinesgleichen. Die Armzwinge, unvorstellbar die Qual der Opfer. Die Erfahrung der völligen Ohnmacht, das Gefühl wehrlos ausgeliefert zu sein, ist erniedrigend. Die Apparaturen für die peinlichen Verhöre sind ausgeklügelt. Oft genügt schon das Vorzeigen des Marterwerkzeugs, um ein Geständnis zu erpressen. Sogar außerhalb der Rechtsordnung werden Menschen von Menschen geschunden mit Eisen, Feuer und Wasser. Kirchliche Stellen sind an den Folterungen nicht beteiligt. Kein Blut soll an den Händen der Kirche kleben. Wir sind nicht grausam ohne Not. Wir sind nur dazu berufen, den Glauben reinzuhalten. Torquemada weiß, dass er in einer langen Tradition steht. Auch für Thomas von Aquin ist der Keza wie ein Falschmünzer und muss wie dieser zum Tode verurteilt werden. Der Ordensgründer Dominikus hatte ursprünglich die Keza allein mit der Kraft des Wortes bekehren wollen. Doch bald begann er einen Kreuzzug nach innen und bekämpfte jeder Abweichung mit Gewalt. Avila die Stadt Torquemadas Hier hat er sein Kloster gegründet, hier wurde er begraben. Die Mauern und Wehrtürme schützten die Einheit von Kirche und Staat, die dem Großinquisitor so viel Macht verlieh. Die Lust an der Grausamkeit und ihrer Darstellung reicht über Jahrhunderte hinweg. Hier auf einem Relief in der Kirche San Vicente in Avila wird eine ähnliche Geschichte erzählt wie in La Guardia. Im vierten Jahrhundert sollen die Römer christliche Kinder zu Tode gequält haben. Nach der Legende, die in der Kirche erzählt wird, wurden die Kinder gehängt, gerädert und zwischen Balken zerquetscht. Die Legende unterstellt auch, dass ein Jude die Kinder schänden wollte, aber von einer Schlange daran gehindert wurde, was den Mann so beeindruckte, dass er zum Christentum übertrat und eine Kirche stiftete. Der gemeinsame Auftritt von Klerus und Militär gehört bis heute zur Tradition in Spanien, obwohl Staat und Kirche rechtlich längst getrennt sind. Im Reich der katholischen Majestäten gab es noch ganz selbstverständlich die Vorstellung ein Volk, ein Reich, ein Herrscher und ein einziger Glaube. Wer diesen Glauben nicht teilt, ist ein Feind der Kirche und des Staates. Der Pater aus dem Kloster in Avila glaubt bis heute an die Propaganda von damals. Benito García, einer der Täter bei der Ermordung des Kindes von La Guardia, wurde in die Stadt Zamora geschickt, um den klügsten Rabbi Spaniens zu konsultieren. Dieser sollte aus der geschändeten Hostie und dem Herzen des Jungen ein Zaubermittel herstellen, um alle Inquisitoren zu vergiften. Die Geständnisse wurden mit Gewalt erzwungen. Kein Wunder, dass die klassischen Vorwürfe wie Kindesmord und Hostienschändung immer wieder zugegeben wurden. Auch die Beschuldigten von La Guardia haben die Verbrechen gestanden. Der zeitgenössische Holzschnitt zeigt ein peinliches Verhör. Wie über etwas Selbstverständliches berichtet der Künstler über die Verhandlung. Auf dem Heimweg in der Nähe von Astorga betrat diese Benito eine Schenke. Die Zecher dort entlarvten ihn wegen seines Aussehens schnell als Juden. Der asketische selbstlose Inquisitor glaubt von seinem Richterstuhl aus die Welt christlich und die kirchliche Lehre reinhalten zu können. Sag's endlich. Wie habt ihr das Gift gemischt? Habt ihr Kinderschmalz gesotten? Welche Kräuter habt ihr zugesetzt? Noch einmal, wer sind deine Genossen? Wer von euch sollte mir das Gift verabreichen? Bei welcher Gelegenheit? Von welchen Christen weißt du, dass sie den Sabbat halten, Passah feiern und all die jüdischen riten? Du wirst sprechen. Im ganzen Land haben die Inquisitionsgerichte gearbeitet. Aber nicht alle, zum Tode verurteilten, wurden sofort hingerichtet. viele wurden aufgespart für ein festliches Autodafé, den Akt des Glaubens. In trauriger Prozession ziehen sie zum Festplatz. Die Zahl der Todgeweihten soll möglichst groß sein, da so das Böse umso wirksamer bekämpft werden kann. Einige tragen den San Benito. Der ärmellose gelbe Kittel ist bemalt und beschrieben mit den Verbrechen, die der Träger begangen haben sollen. Der San Benito mit den roten Flammen ist das Zeichen jener Glaubensfrevler, die nach Folter und Gefängnis gestanden und bereut haben. Ihnen wird eine besondere Gnade zuteil. Sie werden nicht bei lebendigem Leib verbrannt, sondern vorher erwürgt. Das Gesicht der Verantwortlichen bleibt verborgen, ihre Namen sind vergessen, aber ihre Taten sind aufgezeichnet im Gedächtnis der Geschichte. Das Castillo de Simancas. Hier ließ Casacal V. das Generalarchiv der spanischen Königreiche einrichten. 30 Millionen Dokumente, darunter auch viele Akten der Inquisition. Sie belegen, wie total der Zugriff auf das Denken war. Nach der Einführung der Bücherzensur ist es verboten, Schriften herzustellen, zu vertreiben, zu besitzen oder gar zu lesen, in denen Juden oder Muslime positiv dargestellt sind. Verboten sind die Werke der Humanisten und viele Autoren der Weltliteratur. Dante, Rabelais, Thomas Morus, Johannes Kepler. Auch in Portugal soll die Inquisition eingeführt werden. Als eine Tochter Karls V. Königin von Portugal wird, ermahnt der Vater sie in diesem Brief eindringlich, jede Ketzerei zu bestrafen und zu unterdrücken. Gezeichnet Carlos. Als Cervantes seinen Don Quixote gegen Windmühlen kämpfen lässt, ist in Spanien die Inquisition längst ein Bestandteil des Alltags. Der Ritter von der traurigen Gestalt erscheint den Glaubenswächtern wie ein Narr, hinter dem Cervantes in Wahrheit aber seine Kritik an den Verhältnissen versteckt. Das Misstrauen gegen alles und jeden lähmt das geistige Leben im Land und bringt jede Entwicklung zum Erliegen. Die Plaza Mayor in Madrid. Ein historischer Ort für Turniere, Pferderennen und Stierkämpfe. Bei einem Autodafé, dem großen Inquisitionsritual, werden die Tribünen für den König, den Adel, die Mönche, die Angeklagten und an höchster Stelle für den Großinquisitor gebaut. Der Großinquisitor ist längst nicht mehr der einfache Mönch. Er ist mit allen Zeichen geistlicher und weltlicher Macht ausgestattet. Dem Autodafé folgt die Hinrichtung der Verurteilten. Die Messen sind gelesen, die Predigten gehalten, die Urteile verkündet. Jetzt gehen die Henker ans Werk. Das zuschauende Volk ist erregt. Das menschliche Mitgefühl der Menge ist ersetzt durch die Abwehr des Leidens und den Wunsch das vermeintlich Böse zu vernichten. Eine Ketzerin hat bereut. Als Gnaden erweist wird sie erwürgt bevor die Flammen auflodern. Das Feuer der Inquisition wird weitergetragen. Die Namen der Inquisitoren ändern sich. Was sich gleich bleibt, wo immer sie erscheinen, sie verbreiten Schrecken und Angst. Chronisten beschreiben, wie das blühende Spanien unter diesem Terror zum Totenhaus und zum geistigen Friedhof verödet. Die Grausamkeit des Vorgehens gegen die Ketzer erfasst bald wie eine Epidemie ganz Europa. Frankreich, die Schweiz, die Niederlande, England, Böhmen, Italien. Die meisten Scheiterhaufen aber werden in Deutschland brennen. Die Menschenjagd im Namen Gottes verwandelt sich in eine neue Massenhysterie, den Hexenwahn. In Mitteleuropa trifft die gewalttätige Sorge um die Reinerhaltung des Glaubens auf die uralte Angst vor Zauberern, die Mensch und Vieh schaden könnten. Der Jesuitenpater Friedrich Spee von Langenfeld muss als geistlicher Beistand viele Menschen zum Scheiterhaufen begleiten. Er wird bald schreiben, kaum zu glauben, was es bei den Deutschen und besonders es ist beschämend auszusprechen, bei den Katholiken unter dem Volke für Aberglauben, Missgunst, heimliches Gerede und dergleichen gibt. Die Obrigkeit bestraft diese Dinge nicht und die Prediger rügen sie nicht. Sie sind es, die zu allerersten Verdacht der Hexerei in die Welt setzen. Rückblickend fast spät zusammen, ich habe sie zum Scheiterhaufen begleitet. Verurteilt waren sie alle, schuldig war keine. Zum Beispiel Bamberg. Ein Justizskandal aus den Tagen der Blutgerichtsbarkeit zeigt, wie wenig Zeit sogar angesehenen Bürgern blieb, wenn sie erst einmal durch Denunziation in den Verdacht der Hexerei geraten waren. Im Hochstift Bamberg dient Dr. Georg Hahn seit Jahren loyal als Kanzler, das heißt als oberster Verwaltungsbeamter. Da werden seine Frau Katharina und seine Tochter der Hexerei beschuldigt. Die Prozessakte erzählt, dass kein Jahr verging, bis die gesamte Familie Hahn vom Leben zum Tod befördert ist. Was war geschehen? Es gibt Rivalen und Neider in der Stadt, die gegen den Kanzler und seine Familie die tödliche Intrige anzetteln. Dr. Hahn hatte gewagt, die Machtbefugnisse der Hexenkommissare in Frage zu stellen. Die Prozessunterlagen dokumentieren Seite für Seite, wie man in Zeiten des Hexenwahns seine Gegner mitsamt ihrer Familie ausrotten konnte. Man brauchte nur zu behaupten, die Frau des Kanzlers sei eine Hexe, weil ihre Mutter auch schon eine war. Und außerdem habe die Tochter unzüchtige Träume gestanden. An einem kalten Dezember Tag holen die Büttel des Gerichts die nichts ahnende Katharina Hahn und ihre Tochter ab in den Hexenkerker. Die Stadt Bamberg hatte gerade ein Spezialgefängnis zur Abstrafung und Bekehrung böshafter Menschen gebaut, das Malefizhaus. In seinem Inneren gab es 27 Gefängniszellen und eine Folterkammer. Eine Inschrift lautet, das Haus wird ein Exempel werden, das alle, die vorüber gehen, sich entsetzen. Hier wird auch Katharina Hahn, die Frau des Kanzlers inhaftiert. Schon am darauffolgenden Tag wird sie zu einem ersten Verhör geholt. Außer dem Stadtschreiber Schmelzing sind zwei Hexenkommissare anwesend, die Doktoren Schwarz-Konz und Herrenberg. Um Katharina Hahn einzuschüchtern, muss sie bei einem peinlichen Verhör zugegen sein. Im Protokoll heißt es, sie habe trotzdem alle Beschuldigungen zurückgewiesen. Aber auch hier gilt, was Friedrich Späh, der Zeuge vieler Verfahren, schrieb, wer einmal angeklagt wird, ist nicht mehr zu retten. Zum einleitenden Ritual des peinlichen Verhörs gehört die Hexenprobe. Durch die Prozedur soll das nicht Beweisbare bewiesen werden. Das Opfer soll die Vorbereitungen miterleben. Auch Katharina Hahn wird der Hexenprobe unterworfen. Die Richter suchen bei ihr nach einem Mahl oder einer Warze. Für die Ermittler steckt hinter jeder Hexe die Fratze des Teufels. Wenn sie einer Frau vorwerfen, sie stehe mit dem Satan im Bunde, dann sind es seine Züge, in denen sie, wie in einem Spiegel, die eigenen Abgründe erkennen müssen. Der Ablauf fast aller Hexenprozesse folgt einem berüchtigten Leitfaden für die Überführung von Hexen und Zauberern, dem sogenannten Hexenhammer, Malius Maleficarum. Die Erfindung des Buchdrucks verhilft dem Traktat zur schnellen Verbreitung. Verfasser sind zwei Dominikaner Mönche aus dem Elsass. Vor allem Frauen gelten als verdächtig mit dem Teufel Unzucht zu treiben und sich zu einer Sekte versporen zu haben, um Menschen und Vieh zu schaden. Das Buch entfacht den totalen Krieg gegen alle, die verdächtigt werden, einen Pakt mit dem Teufel eingegangen zu sein. Auch im protestantischen Deutschland füllen sich die Kerker. Die Stadt Quedlinburg stellt heute dieses mobile Verlies zur Schau. Der Kasten aus schweren Eichenbowlen wurde auf den Marktplatz gefahren. Durch die Luke konnte der Gefangene hinausschauen, aber auch umgekehrt. Schaulustige, Freunde und Feinde konnten hineinschauen. Ursprünglich für einen unliebsamen Raubgrafen gebaut, soll der Kasten nach dem 14. Jahrhundert auch für andere Gefangene genutzt worden sein. Zu den demütigenden Bequemlichkeiten dieses Gefängnisses gehörte auch ein Abort. Das Land soll hexenfrei werden. Vor allem alte, überflüssige Esser, heilkundige Hebammen und Wohlhabende, deren Hab und Gut begehrt wird, sie alle sind in Gefahr denunziert zu werden. Die Verfolgung der Hexen ist eben auch ein Geschäft. Der Grundriss des Bamberger Malefizhauses. Kerkerzellen und Verhörkammern in zwei Stockwerken. Eine Malefizkommission konnte bis zum Eingreifen des Kaisers im Jahr 1631 und im Einmarsch der Schweden ungezählte Menschen inhaftieren und hinrichten. Wer in die Kerker und Folterkammern hinabsteigen muss, wird auch noch zur Kasse gebeten. Die Angeklagten oder ihre Angehörigen müssen nicht nur selbst für ihre Ernährung aufkommen. Ihnen werden auch die Kosten für Prozess, Folter und Hinrichtung aufgebildet. Zum Ritual des Hexenprozesses gehört die Vorführung der Folterinstrumente. Die Streckbank, die Daumenschrauben, der Block, das Beil zum Abtrennen von Gliedmaßen, der eiserne Folterstuhl. In Hexenhammer heißt es, während die Werkzeuge aufgestellt werden, sollen die Richter den peinlich zu Verhörenden bewegen, die Wahrheit frei zu gestehen. Wenn er nicht gestehen will, übergeben sie ihn den Bütteln. Das Lehrbuch der Scharfrichter hat es vorgeschrieben. Wenn die Verhörte nicht hat gestehen wollen, sollen ihr andere Folterwerkzeuge hingelegt werden, mit den Worten, dass sie sie aushalten muss, wenn sie die Wahrheit nicht gesteht. Angst haben auch die Henker. Sie befürchten, dass der Teufel seine Bulinen befreit oder in der Nacht besucht, um so gestärkt durch die Unzucht noch mehr Unheil anzurichten. Der Hexenhammer ist voll von Überlegungen, wie der Dämon mit einer Hexe Kontakt haben kann, wie er, der doch aus Luft besteht, fleischliche Handlungen vollbringen kann. Eine schwere Tür soll den Dämon am Besuch hindern und die Folterknechte vor Rache zauber schützen. Der Prozess gegen Katharina Hahn nimmt seinen Lauf. Die Hexenkommissare haben es eilig, trotzdem wird penibel Protokoll geführt. Die Akten berichten, der Hochstiftskanzler Dr. Georg Hahn ist nach Speyer geritten, zum Reichsgericht, um Rechtshilfe zu erwirken. Er will seine Familie retten, ahnt noch nicht, dass jede Hilfe zu spät kommen wird. Die Mitglieder der Scharfrichter Gesellschaft haben mit Hilfe des Hexenhammers längst entschieden, dass Katharina Hahn eine Hexe ist. Die Zusammenfassung der Folter hat ergeben, Katharina Hahn leugnet Gott. Das Bamberger Protokoll notiert mit trockener Routine, welchen Torturen Katharina Hahn vor ihrem Tod ausgesetzt ist. Der Hähnen werden Beinschrauben angelegt, sie jammert und möchte gern sterben, noch immer leugnet sie. Dann wird sie 75 Minuten auf den Bock gesetzt. Jetzt gesteht sie, der Teufel habe sie vor 25 Jahren verführt. Sie wolle büßen und alles bekennen. Die Herren möchten Geduld mit ihr haben. Die Angst vor den Hexen ist auch die Angst der Männer vor dem Wissen der Frauen. Im Kopf der Männer wird die Kenntnis der heilenden Naturkräfte umgedeutet in die Herstellung von Mixturen in der Hexenküche, zum Beispiel einer Flugsalbe für den Besenritt zum Hexensabbat. Man nehme Mandragora, Tollkirsche, Bilsenkraut, Bittersüß und Stechapfel, vermenge mit Katzenfett, Eselsfett, Fledermausblut und Kinderfett. Solche Rezepte lassen diffuse Angst aufsteigen vor den Frauen, die sich das Wissen um die Naturkräfte bewahrt haben. Die keltisch-germanischen Naturreligionen sind im Europa des Mittelalters noch immer lebendig. Die Walpurgis Nacht und der Hexensabbat werden gefürchtet als Beschwörung der alten Geister. In der Fantasie der Menschen fliegen behexte Frauen auf ihren Besenstielen zum Hexentanzplatz auf dem Blocksberg, um sich mit ihresgleichen zu treffen. Und auch die Teufel und Unterteufel sind da, um sich mit den Weibern zu paaren und dadurch das Böse in die Welt zu setzen. Deutschland leidet unter der Last des Aberglaubens. Eine Chronik jener Zeit beschreibt die Lage. Nirgends gab es Treu und Glauben. Es gab keine Ehrfurcht vor der ererbten Religion. Auch nicht die Spur von Gesetzen wurde beachtet. Die Zeiten waren roh. Diese Mundbirne sollte das Opfer daran hindern, laut zu schreien. Dass ein derartiges Gerät sorgfältig verziert wurde, gehört wohl zu den Versuchen, das Unfassliche zu verharmlosen. Sie ist zum Glück die Ausgeburt einer späteren Schreckensfantasie, die eiserne Jungfrau. Diese Tötungsmaschine wurde erst im 19. Jahrhundert gebaut, nicht um sie anzuwenden, sondern um die Fantasie anzuheizen. Die Lust des Menschen an der Grausamkeit ist offenbar so groß, dass ihm selbst die fürchterlichste historische Wahrheit noch nicht ausreicht. In Bamberg ist Katharina Hahn zum Tode verurteilt worden. Kurz darauf ereilt ihre älteste Tochter und ihren Ehemann das gleiche Schicksal. Im Jahr des Herrn 1628 sind alle Mitglieder der Familie tot. In den nächsten zwei Jahren folgen ihnen allein in Bamberg mehrere hundert Menschen. Einer der Hexenkommissare schreibt in seiner Akten hinter den Namen eines jeden Hingerichteten »Friede seiner Seele«. Unter den Zuschauern musste sich auf Befehl seines Ordens der Jesuitenpater Friedrich Späh von Langenfeld aufhalten. Er war als geistlicher Beistand der Verurteilten abkommandiert. Die Praxis der Verfolgung kann er mit seinem Glauben und seinen Überzeugungen nicht vereinbaren. Vor der Glut der Scheiterhaufen wächst in ihm der Plan zu einer Veröffentlichung, die dem Wahn entgegentreten soll. »Cautio criminalis« »Rechtliche Bedenken wegen der Hexenprozesse« lautet der Titel. Aber Späh hat Angst selber auf dem Scheiterhaufen zu enden, wenn seine Gedanken bekannt werden. Erst der fromme Diebstahl der Handschrift durch einen Freund ermöglicht die Drucklegung. Als Verfasser wird ein »unbekannter römischer Theologe« genannt. Langsam weicht die namenlose Trauer auf den Gesichtern der Zeugen der Einsicht, dass keines dieser Brandopfer schuldig ist und dass niemand das Recht hat, sie als Hexen und Zauberer zu richten und hinzurichten. In diesem Archiv in Poznan stoßen wir auf Akten, die überraschend sind. Zusammentragen ließ sie ein Mann, der vielen als der personifizierte Teufel selbst gilt, Heinrich Himmler, Führer der SS in Hitlers Nazireich. Sein Hexensonderkommando hatte die Aufgabe, alles greifbare Material über Hexenprozesse zusammenzutragen. Lange Listen mit Namen von Opfern der Hexenverfolgung in Deutschland. Welches Interesse hatte ein Mann wie Himmler an diesen Akten? Suchte er Belastungsmaterial gegen die Kirche? Oder wollte er aus den Terrormethoden der Vergangenheit lernen? Die Akten der SS geben das Geheimnis bis heute nicht preis. Auch der Prozess gegen Katharina Hahn und ihre Familie ist in Himmlers Hexenkartei registriert. Die Kopien des H-Sonderkommandos erfassen in 57 Punkten alle Angaben über die Personen und den Prozessverlauf. Name, Wohnort, Alter, Familienstand, Konfession, Besitz. Quelle Staatsarchiv Bamberg. Friedrich Spee will will nicht länger zusehen, wie die Sitten und Gefühle verwildern und die Rohheit der Justiz, die Angst der Menschen vor Zauberern und Hexen, Teufeln und Dämonen verschärft. Er bekennt sich zu seinem Werk. Und da geschieht das Unerwartete. Er findet Beschützer unter den Bischöfen und im Jesuiten Orden. Dann aber gerät Friedrich Spee in die Wirren des Dreißigjährigen Krieges. In Trier bei der Pflege von Pestopfern infiziert er sich mit der tödlichen Krankheit. Er stirbt nach wenigen Tagen im Alter von 44 Jahren. Er schrieb Von dem was in den Gerichten geschieht vom Schrecken der Kerker von der Last der Ketten den Folter Werkzeugen dem Jammer der Armen von alledem haben sie die Theologen und Prelaten nichts erfahren. Mit Spee begann die Überwindung des Hexenwahns innerhalb der Kirche. Dennoch setzen seine Argumente sich nur langsam durch. Die Scheiterhaufen lodern noch mehr als 150 Jahre. In Deutschland wird der letzte Scheiterhaufen erst im Jahr 1775 verloschen sein. Auch in Spanien verabschiedet sich die Inquisition nur zögernd aus der Geschichte. Heute streiten sich die Historiker darüber, wie viele Opfer die Inquisition und der Hexenwahn gefordert haben. Waren es Zehntausende oder Hunderttausende? Nach neueren Forschungen war die Zahl der Opfer geringer als bisher angenommen. Niemand wird je die genaue Anzahl der Opfer und schon gar nicht ihre Namen erfahren. Zu viele Zeugnisse gingen verloren oder wurden absichtlich vernichtet. Und noch viel weniger kann man Antwort finden auf die Frage, wie konnte es überhaupt passieren? Unfassbar bleibt all das, was der Mensch mit dem Menschen macht. Man kann beschreiben, was geschah. Begreifen kann man es nicht. Der oberste Verfolger aller Ketzer ist unterwegs, der Großinquisitor. Er versteht die Weite der spanischen Königreiche als den Weinberg Gottes, in dem er alles Unkraut auszurotten hat, mit Feuer und Schwert. Die Ankunft des Inquisitors macht die Mauer in der Stadt zu Gefängnismauern. Von diesem Augenblick an darf niemand mehr die Stadt verlassen. Mit dem Auftritt des Großinquisitors beginnt eine gespenstische Szene. Schon die Titel seiner Ernennungsurkunde strahlen Macht aus. Bruder Thomas de Torquemada, Mönch des Ordens der Predigtbrüder, Beichtvater des Königs und der Königin, General Inquisitor in all ihren Königreichen und Besitzungen, ernannt und bevollmächtigt durch den heiligen apostolischen Stuhl. Der Schatten der Inquisition legt sich über alle. Der Inquisitor wird dazu auffordern, jeden anzuzeigen, der irgendwie vernünftig ist. Kinder sollen ihre Eltern, Eheleute ihre Partner, Nachbarn ihre Nachbarn denunzieren. Die Predigt des Großinquisitors schüchtert die Zuhörer ein. Das einfache Volk ahnt die Macht der Inquisition. Wer nicht für sie ist, ist gegen sie. Vor dem Tribunal der Geschichte ist Torquemada der eiskalte Architekt der Verfolgung von Andersdenkenden, der herzlose und grausame Fanatiker. Er selbst sieht sich anders. In Segovia war der junge Thomas de Torquemada in das Dominikaner Kloster Santa Cruz eingetreten. Hier bildet sich das Weltbild des Mönchs. Die katholischen Könige kniend vor der Mutter Gottes, aber über ihnen, unmittelbar vor dem gekreuzigten Jesus, die Dominikaner. Der Maler Pedro Berguete stellt Dominicus, den Gründer des Dominikaner Ordens, als Großinquisitor dar, der den Vorsitz des sogenannten Autodafé führt, dem Akt des Glaubens. Wo er ist, ist oben. Die Angeklagten sind unten, umgeben von ihren Herrschern, in entwürdigender Nacktheit in Mitten eines öffentlichen und deshalb umso mehr demütigenden Schauspiels. Rastlos eilt der Großinquisitor übers Land. Seine Bilanz in 18 Jahren zwischen 5000 und 10.000 Menschen, die auf dem Scheiterhaufen enden. Das Feuer der Inquisition ist zum Instrument des Terrors geworden. Thomas de Torquemada ermächtigt und unterstützt von allerhöchster Autorität. Im Jahr 1488, Bulle des Papstes Innozenz des Achten. Er ermächtigt den Bruder Thomas de Torquemada, Generalinquisitor dieser Königreiche zur Ernennung von zwei Notaren für die Angelegenheiten der Inquisition. Im Kloster Santo Thomas in Avila ist das Andenken an Torquemada, den Gründer des Klosters, lebendig, obgleich sein Grab verschollen ist. Der Chor, in den die heutigen Dominikaner einziehen, diente zu Torquemadas Zeiten auch als Tribunal. Der Großinquisitor gilt einigen bis heute als ehrenwerter Mann. Er habe Spanien durch seine Intoleranz und Härte im Glauben geeint und damit vor den Religionskriegen bewahrt, die wenige Jahrzehnte später das übrige Europa verwüsteten. Nach alten Prozessakten rekonstruieren wir die Geschichte eines angeblichen Kindermordes. Auch Torquemada sollte ermordet werden. Der Versuch scheitert. Der Bedrohte wird zum Richter, ein klarer Fall, so scheint es. Du bist angeklagt, ein christliches Kind ermordet zu haben, ihm das Herz aus dem Leib gerissen und daraus ein Gift gezaubert zu haben. Mit diesem Gift wolltet ihr mich, den Generalinvisitor töten. Wer waren deine Mittäter? Die Anklageschrift gleicht einer Schauerlegende. Im Schatten der Kathedrale von Toledo sollen skrupellose Juden ein Verbrechen vorbereitet haben. Sie wollen die Inquisitoren ermorden. Sie entführen einen Jungen, den sie vor der Kirche aufgreifen. Im Dorf La Guardia wird er gefangen gehalten. Die alten Leute in den Straßen von La Guardia erzählen die Geschichte vom Kindermord weiter und auch dass die Verschwörer in ihrer Kirche einen Helfershelfer hatten. Den Sakristan. Er sollte die geweihte Hostie beschaffen, die mit Gift getränkt den Großinquisitor töten würde. In einer Höhle am Berg wird das entführte Kind bis aufs Blut gequält und am Karfreitag von den Juden gekreuzigt, so die Legende. Der Großinquisitor selbst überwacht die Stadt. Vor allem die zwangsgetorften Juden werden beobachtet. Wer kein Schweinefleisch isst oder am Sabbat nicht arbeitet, wird verdächtigt insgeheim rückfällig geworden zu sein. Jeder Verdacht, jede Denunziation wird registriert. In besonderen Briefkästen kann jeder jeden anzeigen. Das Zusammenspiel zwischen Schreibtischtätern und eingeschüchterten Bürgern funktioniert unter der Oberfläche einer scheinbaren Normalität so kalt und gnadenlos wie eh und je. Die Inquisition wird zur spanischen Inquisition. Die katholischen Könige wie Isabella und Ferdinand bald genannt werden, verschmelzen die alten religiösen Traditionen des Landes mit der Glaubenslehre des Christentums. Alles Fremde und Andersgläubige wie Juden und Moslems soll vertrieben oder ausgebrannt werden. An diesem magischen Ort hatte Kastiliens Ritterschaft die 23-jährige Isabella zur Königin gewählt. Die rätselhaften Stierfiguren vor über 2000 Jahren aus Granit gemeißelt waren Zeugen heidnischer Opferrituale. Mit der Wahl Isabellas wird hier wieder über das Schicksal von Opfern entschieden. Unter der neuen Königin beginnen harte Zeiten der Verfolgung Andersdenkender. Es beginnt aber auch das goldene Zeitalter Spaniens. Die Herrscher der Vereinigten Königreiche nehmen ihre Residenz in Segovia. Im Alcazar hatte die junge Isabella als Thronfolgerin einen Beichtvater, den Dominikaner Pater Torquemada, den späteren Großinquisitor. Seit Jahrhunderten ist Spanien der Schauplatz eines erbitterten Ringens zwischen zwei Kulturen, der muslimischen und der christlichen. Auf beiden Seiten Burgen mit mächtigen Wehrtürmen. Die Burgherren führen ein selbstherrliches Regiment. Isabella und Ferdinand aber brechen den Widerstand ihrer Granden. Die Zeit ist gekommen für die endgültige Rückeroberung Spaniens durch die Christen. Immer dabei der Inquisitor. Er begleitet das Königspaar nach Süden. Alle Ungläubigen müssen bekehrt, vertrieben oder getötet sein. Als Kalif Buabdil der Herrscher Granadas 1492 kapituliert und der Königin Isabella die Schlüssel der Stadt übergibt, gehen 800 Jahre maurischer Herrschaft in Andalusien zu Ende. Isabella nimmt die Kunst und Architektur der orientalischen Baumeister gern in Anspruch. Die feine Lebensart und den Luxus der Herrscher aus dem Morgenland weiß auch Ferdinand zu schätzen. Dem Großinquisitor jedoch ist die üppige wohlgeordnete Lebenswelt der Mauren ein Gräuel. Ihn treibt die Angst, auch Muslime könnten sich, wie viele Juden, zum Schein taufen lassen, heimlich aber an ihrem alten Glauben und an ihrer Kultur festhalten. Spürt er vielleicht, welch geistige Kraft von dieser überwältigenden Schönheit ausgeht. Die Brücke über den Tajo führt nach Toledo. Hier im Zentrum des jüdischen Lebens in Spanien schlägt Torquemada eines seiner Hauptquartiere auf. Wo heute im Palacio Lorenzana die Universität ihren Anspruch auf Wissen und Weisheit geltend macht, richtet die Inquisition ihre Zentrale ein. Erhalten blieb nur der Grundriss. In zahllosen Räumen wurde der Glaube verwaltet und die Verfolgung der Gegner organisiert. In den Schreibstuben führten Notare und Sekretäre die Prozess Protokolle und Personalakten. Der Kopf dieses Apparates ist Torquemada. Seine Helfer, die Familiares, schwärmen aus, um Ketzer aufzuspüren, tauchen überraschend auf, ergreifen ihre Opfer. Spanien verändert sich in diesen Jahren. Wo maurische Bauern ihre Gärten bestellten und ihre Bewässerungsanlagen bauten, schicken die neuen Herren nur noch Schafherden übers Land. Gut für sie, aber die Bauern verarmen. Das sonnendurchglühte Land der Manscher verkastet. Rila Nueva de los Infantes ist heute ein verträumtes Provinzstädtchen in der Manscher. Zur Zeit der katholischen Könige ist sie die Domäne der Thronfolger. Die ritterlichen Mitstreiter werden mit Ländereien belohnt. Villanueva wird zu einem Zentrum von Kunst und Kultur. In diesen Häusern ging Spaniens Nationaldichter Miguel de Cervantes, der Schöpfer des Son Quijote und seines Dieners Sancho Panza ein und aus. Auch Cervantes wird seine Bekanntschaft mit der Inquisition machen. In Villanueva steht noch das Haus der Inquisition. In Spanien sind nur wenige der Amtssitze bis heute erhalten. Auch dieser hier verfällt langsam. Einst gingen Torquemadas Agenten hier ein und aus. Über dem Tor das Wappen der Heiligen Inquisition, das Kreuz mit Knochen und Totenkopf. Im Folterquartier von damals wohnt heute eine Familie. Die Spuren der Vergangenheit sind immer noch sichtbar. An diese Säule wurden die Gefangenen gekettet, bevor man sie zum todbringenden Verhör führte. Zu wem habt ihr das Herz des Kindes gebracht? Zu Moses Abedamias, dem Zauberer von Samoa? Wenn du nicht gestehst und nicht auch deine Komplizen anzeigst, werden wir dich mit anderen Mitteln zur Wahrheit bringen müssen. Die anderen Mittel, das meint die peinliche Befragung, das Verhör mit den verschiedenen Steigerungsstufen des Folterrituals. Das Instrumentarium der Folterkammern ist grauenerregend. Die Streckbank zur zusätzlichen Qual mit Stacheln aus Hartholz bestückt. Der Folterstuhl Ausgeburt der Verachtung des Menschen für seines gleichen. Die Arm Zwinge unvorstellbar die Qual der Opfer. Die Erfahrung der völligen Ohnmacht, das Gefühl wehrlos ausgeliefert zu sein, ist erniedrigend. Die Apparaturen für die peinlichen Verhöre sind ausgeklügelt. Oft genügt schon das Vorzeigen des Marter-Werkzeugs, um ein Geständnis zu erpressen. Sogar außerhalb der Rechtsordnung werden Menschen von Menschen geschunden mit Eisen, Feuer und Wasser. Kirchliche Stellen sind an den Folterungen nicht beteiligt. Kein Blut soll an den Händen der Kirche kleben. Wir sind nicht grausam ohne Not. Wir sind nur dazu berufen, den Glauben reinzuhalten. Torquemada weiß, dass er in einer langen Tradition steht. Auch für Thomas von Aquin ist der Ketzer wie ein Falschmünzer und muss wie dieser zum Tode verurteilt werden. Der Ordensgründer Dominikus hatte ursprünglich die Ketzer allein mit der Kraft des Wortes bekehren wollen. Doch bald begann er einen Kreuzzug nach innen und bekämpfte jede Abweichung mit Gewalt. Avila, die Stadt Torquemadas. Hier hat er sein Kloster gegründet, hier wurde er begraben. Die Mauern und Wehrtürme schützten die Einheit von Kirche und Staat, die dem Großinquisitor so viel Macht verlieh. Die Lust an der Grausamkeit und ihrer Darstellung reicht über Jahrhunderte hinweg. Hier auf einem Relief in der Kirche San Vicente in Avila wird eine ähnliche Geschichte erzählt wie in La Guardia. Im vierten Jahrhundert sollen die Römer christliche Kinder zu Tode gequält haben. Nach der Legende, die in der Kirche erzählt wird, wurden die Kinder gehängt, gerädert und zwischen Balken zerquetscht. Die Legende unterstellt auch, dass ein Jude die Kinder schänden wollte, aber von einer Schlange daran gehindert wurde, was den Mann so beeindruckte, dass er zum Christentum übertrat und eine Kirche stiftete. Der gemeinsame Auftritt von Klerus und Militär gehört bis heute zur Tradition in Spanien, obwohl Staat und Kirche rechtlich längst getrennt sind. Im Reich der katholischen Majestäten gab es noch ganz selbstverständlich die Vorstellung ein Volk, ein Reich, ein Herrscher und ein einziger Glaube. Wer diesen Glauben nicht teilt, ist ein Feind der Kirche und des Staates. Der Pater aus dem Kloster in Avila glaubt bis heute an die Propaganda von damals. Benito Carthea, einer der Täter bei der Ermordung des Kindes von La Guardia, wurde in die Stadt Zamora geschickt, um den klügsten Rabbi Spaniens zu konsultieren. Dieser sollte aus der geschändeten Hostie und dem Herzen des Jungen ein Zaubermittel herstellen, um alle Inquisitoren zu vergiften. Die Geständnisse wurden mit Gewalt erzwungen. Kein Wunder, dass die klassischen Vorwürfe wie Kindesmord und Hostienschändung immer wieder zugegeben wurden. Auch die Beschuldigten von La Guardia haben die Verbrechen gestanden. Der zeitgenössische Holzschnitt zeigt ein peinliches Verhör. Wie über etwas Selbstverständliches berichtet der Künstler über die Verhandlung. Auf dem Heimweg in der Nähe von Astorga betrat diese Benito eine Schenke. Die Zecher dort entlarvten ihn wegen seines Aussehens schnell als Juden. Der asketische selbstlose Inquisitor glaubt von seinem Richterstuhl aus die Welt christlich und die kirchliche Lehre reinhalten zu können. sag's endlich wie habt ihr das Gift gemischt habt ihr Kinderschmalz gesotten welche Kräuter habt ihr zugesetzt noch einmal wer sind deine Genossen wer von euch sollte mir das Gift verabreichen bei welcher Gelegenheit der oberste Verfolger aller Ketzer ist unterwegs der Groß Inquisitor er versteht die Weite der spanischen Königreiche als den Weinberg Gottes in dem er alles Unkraut auszurotten hat mit Feuer und Schwert Die Ankunft des Inquisitors macht die Mauer in der Stadt zu Gefängnismauern von diesem Augenblick an darf niemand mehr die Stadt verlassen Mit dem Auftritt des Groß Inquisitors beginnt eine gespenstische Szene Schon die Titel seiner Ernennungsurkunde strahlen Macht aus Bruder Thomas de Torquemada Mönch des Ordens der Predigtbrüder Beichtvater des Königs und der Königin General Inquisitor in all ihren Königreichen und Besitzungen ernannt und bevollmächtigt durch den heiligen apostolischen Stuhl Der Schatten der Inquisition legt sich über alle Der Inquisitor wird dazu auffordern jeden anzuzeigen der irgendwie verdächtig ist Kinder sollen ihre Eltern Eheleute ihre Partner Nachbarn ihre Nachbarn denunzieren Die Predigt des Großinquisitors schüchtert die Zuhörer ein Das einfache Volk ahnt die Macht der Inquisition Wer nicht für sie ist ist gegen sie Vor dem Tribunal der Geschichte ist Torquemada der eiskalte Architekt der Verfolgung von Andersdenkenden der herzlose und grausame Fanatiker Er selbst sieht sich anders In Segovia war der junge Thomas de Torquemada in das Dominikaner Kloster Santa Cruz eingetreten Hier bildet sich das Weltbild des Mönchs Die katholischen Könige kniend vor der Mutter Gottes aber über ihnen unmittelbar vor dem gekreuzigten Jesus die Dominikaner Der Maler Pedro Berguete stellt Dominikus den Gründer des Dominikaner Ordens als Großinquisitor dar der den Vorsitz des sogenannten Autodafé führt dem Akt des Glaubens Wo er ist ist oben Die Angeklagten sind unten umgeben von ihren Häschern in entwürdigender Nacktheit inmitten eines öffentlichen und deshalb umso mehr demütigenden Schauspiels Rastlos eilt der Großinquisitor übers Land Seine Bilanz in 18 Jahren zwischen 5000 und 10.000 Menschen die auf dem Scheiterhaufen enden Das Feuer der Inquisition ist zum Instrument des Terrors geworden Thomas de Torquemada ermächtigt und unterstützt von allerhöchster Autorität Im Jahr 1488 Bulle des Papstes Innozenz des Achten Er ermächtigt den Bruder Thomas de Torquemada General Generalinquisitor dieser Königreiche zur Ernennung von zwei Notaren für die Angelegenheiten der Inquisition Im Kloster Santo Thomas in Avila ist das Andenken an Torquemada den Gründer des Klosters lebendig obgleich sein Grab verschollen ist Der Chor in den die heutigen Dominikaner einziehen diente zu Torquemadas Zeiten auch als Tribunal Der Großinquisitor gilt einigen bis heute als ehrenwerter Mann Er habe Spanien durch seine Intoleranz und Härte im Glauben geeint und damit vor den Religionskriegen bewahrt die wenige Jahrzehnte später das übrige Europa Verwüsteten Nach alten Prozessakten rekonstruieren wir die Geschichte eines angeblichen Kindermordes Auch Torquemada sollte ermordet werden Der Versuch scheitert Der Bedrohte wird zum Richter ein klarer Fall so scheint es Du bist angeklagt ein christliches Kind ermordet zu haben ihm das Herz aus dem Leide gerissen und daraus ein Gift gezaubert zu haben Mit diesem Gift wolltet ihr mich den Generalinvisitor töten Wer waren deine Mittäter Die Anklageschrift gleicht einer Schauerlegende Im Schatten der Kathedrale von Toledo sollen skrupellose Juden ein Verbrechen vorbereitet haben sie wollen die Inquisitoren ermorden sie entführen einen Jungen den sie vor der Kirche aufgreifen Im Dorf La Guardia wird er gefangen gehalten Die alten Leute in den Straßen von La Guardia erzählen die Geschichte vom Kindermord weiter und auch dass die Verschwörer in ihrer Kirche einen Helfershelfer hatten den Sakristan er sollte die geweihte Hostie beschaffen die mit Gift getränkt den Groß Inquisitor töten würde In einer Höhle am Berg wird das entführte Kind bis aufs Blut gequält und am Karfreitag von den Juden gekreuzigt so die Legende Der Groß Inquisitor selbst überwacht die Stadt Vor allem die zwangsgetauften Juden werden beobachtet Wer kein Schweinefleisch isst oder am Sabbat nicht arbeitet wird verdächtigt insgeheim rückfällig geworden zu sein Jeder Verdacht jede Denunziation wird registriert In besonderen Briefkästen kann jeder jeden anzeigen Das Zusammenspiel zwischen Schreibtischtätern und eingeschüchterten Bürgern funktioniert unter der Oberfläche einer scheinbaren Normalität so kalt und gnadenlos wie eh und je Die Inquisition wird zur spanischen Inquisition Die katholischen Könige wie Isabella und Ferdinand bald genannt werden verschmelzen die alten religiösen Traditionen des Landes mit der Glaubenslehre des Christentums Alles Fremde und Andersgläubige wie Juden und Moslems soll vertrieben oder ausgebrannt werden An diesem magischen Ort hatte Kastiliens Ritterschaft die 23-jährige Isabella zur Königin gewählt Die rätselhaften Stierfiguren vor über 2000 Jahren aus Granit gemeißelt waren Zeugen heidnischer Opferrituale Mit der Wahl Isabellas wird hier wieder über das Schicksal von Opfern entschieden Unter der neuen Königin beginnen harte Zeiten der Verfolgung Andersdenkender Es beginnt aber auch das goldene Zeitalter Spaniens Die Herrscher der Vereinigten Königreiche nehmen ihre Residenz in Segovia Im Alcazar hatte die junge Isabella als Thronfolgerin einen Weichtvater den Dominikaner Pater Torquemada den späteren Großinquisitor Seit Jahrhunderten ist Spanien der Schauplatz eines erbitterten Ringens zwischen zwei Kulturen der muslimischen und der christlichen Auf beiden Seiten Burgen mit mächtigen Wehrtürmen Die Burgherren führen ein selbstherrliches Regiment Isabella und Ferdinand aber brechen den Widerstand ihrer Granden Die Zeit ist gekommen für die endgültige Rückeroberung Spaniens durch die Christen Immer dabei der Inquisitor Er begleitet das Königspaar nach Süden Alle Ungläubigen müssen bekehrt vertrieben oder getötet sein Als Kalif Buabdil der Herrscher Granadas 1492 kapituliert und der Königin Isabella die Schlüssel der Stadt übergibt gehen 800 Jahre maurischer Herrschaft in Andalusien zu Ende Isabella nimmt die Kunst und Architektur der orientalischen Baumeister gern in Anspruch Die feine Lebensart und den Luxus der Herrscher aus dem Morgenland weiß auch Ferdinand zu schätzen Dem Großinquisitor jedoch ist die übliche wohlgeordnete Lebenswelt der Mauern ein Gräuel ihn treibt die Angst auch Muslime könnten sich wie viele Juden zum Schein taufen lassen heimlich aber an ihrem alten Glauben und an ihrer Kultur festhalten Spürt er vielleicht welch geistige Kraft von dieser überwältigenden Schönheit ausgeht Die Brücke über den Tajo führt nach Toledo Hier im Zentrum des jüdischen Lebens in Spanien schlägt Torquemada eines seiner Hauptquartiere auf wo heute im Palacio Lorenzano die Universität ihren Anspruch auf Wissen und Weisheit geltend macht richtet die Inquisition ihre Zentrale ein Erhalten blieb nur der Grundriss In zahllosen Räumen wurde der Glaube verwaltet und die Verfolgung der Gegner organisiert In den Schreibstuben führten Notare und Sekretäre die Prozess Protokolle und Personal Akten Der Kopf dieses Apparates ist Torquemada Seine Helfer die Familiares schwärmen aus um Ketzer aufzuspüren tauchen überraschend auf ergreifen ihre Opfer Spanien Spanien verändert sich in diesen Jahren wo maurische Bauern ihre Gärten bestellten und ihre Bewässerungsanlagen bauten schicken die neuen Herren nur noch Schafherden übers Land gut für sie aber die Bauern verarmen das sonnendurchglühte Land der Mancha verkastet Villa Nueva de los Infantes ist heute ein verträumtes Provinzstädtchen in der Mancha zur Zeit der katholischen Könige ist sie die Domäne der Thronfolger die ritterlichen Mitstreiter werden mit Ländereien belohnt Villa Nueva wird zu einem Zentrum von Kunst und Kultur in diesen Häusern ging Spaniens Nationaldichter Miguel de Cervantes der Schöpfer des Son Quijote und seines Dieners Sancho Panza ein und aus auch Cervantes wird seine Bekanntschaft mit der Inquisition machen In Villanueva steht noch das Haus der Inquisition In Spanien sind nur wenige der Amtssitze bis heute erhalten Auch dieser hier verfällt langsam Einst gingen Torquemadas Agenten hier ein und aus Über dem Tor das Wappen der Heiligen Inquisition das Kreuz mit Knochen und Totenkopf Im Folterquartier von damals wohnt heute eine Familie Die Spuren der Vergangenheit sind immer noch sichtbar An diese Säule wurden die Gefangenen gekettet bevor man sie zum todbringenden Verhör führte Zu wem habt ihr das Herz des Kindes gebracht Zu Moses Aber Namias den Zauberer von Samoa Wenn du nicht gestehst und nicht auch deine Komplizen anzeigst werden wir dich mit anderen Mitteln zur Wahrheit bringen müssen Die anderen Mittel das meint die peinliche Befragung das Verhör mit den verschiedenen Steigerungsstufen des Folterrituals Das Instrumentarium der Folterkammern ist grauenerregend Die Streckbank zur zusätzlichen Qual mit Stacheln aus Hartholz bestückt Der Folterstuhl Ausgeburt der Verachtung des Menschen für seines gleichen Die Armzwinge unvorstellbar die Qual der Opfer Die Erfahrung der völligen Ohnmacht das Gefühl wehrlos ausgeliefert zu sein ist erniedrigend Die Apparaturen für die peinlichen Verhöre sind ausgeklügelt Oft genügt schon das Vorzeigen des Marterwerkzeugs um ein Geständnis zu erpressen Sogar außerhalb der Rechtsordnung werden Menschen von Menschen geschunden mit Eisen Feuer und Wasser Kirchliche Stellen sind an den Folterungen nicht beteiligt Kein Blut soll an den Händen der Kirche kleben Wir sind nicht grausam ohne Not Wir berufenden Glauben rein zu halten Torquemada weiß dass er in einer langen Tradition steht Auch für Thomas von Aquin ist der Ketzer wie ein Falschmünzer und muss wie dieser zum Tode verurteilt werden Der Ordensgründer Dominikus hatte ursprünglich die Ketzer allein mit der Kraft des Wortes bekehren wollen Doch bald begann er einen Kreuzzug nach innen und bekämpfte jede Abweichung mit Gewalt Avila die Stadt Torquemadas Hier hat er sein Kloster gegründet Hier wurde er begraben Die Mauern und Wehrtürme schützten die Einheit von Kirche und Staat die dem Großinquisitor so viel Macht verlieh Die Lust an der Grausamkeit und ihrer Darstellung reicht über Jahrhunderte hinweg Hier auf einem Relief in der Kirche San Vicente in Avila wird eine ähnliche Geschichte erzählt wie in La Guardia Im vierten Jahrhundert sollen die Römer christliche Kinder zu Tode gequält haben Nach der Legende die in der Kirche erzählt wird wurden die Kinder gehängt gerädert und zwischen Balken zerquetscht Die Legende unterstellt auch dass ein Jude die Kinder schänden wollte aber von einer Schlange daran gehindert wurde was den Mann so beeindruckte dass er zum Christentum übertrat und eine Kirche stiftete Der gemeinsame Auftritt von Klerus und Militär gehört bis heute zur Tradition in Spanien obwohl Staat und Kirche rechtlich längst getrennt sind Im Reich der katholischen Majestäten gab es noch ganz selbstverständlich die Vorstellung ein Volk ein Reich ein Herrscher und ein einziger Glaube Wer diesen Glauben nicht teilt ist ein Feind der Kirche und des Staates Der Pater aus dem Kloster in Avila glaubt bis heute an die Propaganda von damals Benito García einer der Täter bei der Ermordung des Kindes von La Guardia wurde in die Stadt Zamora geschickt um den klügsten Rabbi Spaniens zu konsultieren dieser sollte aus der geschändeten Hostie und dem Herzen des Jungen ein Zaubermittel herstellen um alle Inquisitoren zu vergiften Die Geständnisse wurden mit Gewalt erzwungen Kein Wunder dass die klassischen Vorwürfe wie Kindesmord und Hostienschändung immer wieder zugegeben wurden Auch die Beschuldigten von La Guardia haben die Verbrechen gestanden Der zeitgenössische Holzschnitt zeigt ein peinliches Verhör Wie über etwas Selbstverständliches berichtet der Künstler über die Verhandlung Auf dem Heimweg in der Nähe von Astorga betrat dieser Benito eine Schenke Die Zecher dort entlarvten ihn wegen seines Aussehens schnell als Juden Der Asketische Selbstlose Inquisitor glaubt von seinem Richterstuhl aus die Welt christlich und die kirchliche Lehre reinhalten zu können Sag's endlich Wie habt ihr das Gift gemischt? Habt ihr Kinderschmalz gesotten? Welche Kräuter habt ihr zugesetzt? Noch einmal Wer sind deine Genossen? Wer von euch sollte mir das Gift verabreichen? Bei welcher Gelegenheit? Von welchen Christen weißt du dass sie den Sabbat halten Passa feiern und all die jüdischen bieten? Du wirst sprechen im ganzen Land haben die Inquisitionsgerichte gearbeitet aber nicht alle der zum Tode verurteilten wurden sofort hingerichtet viele wurden aufgespart für ein festliches Autodafé den Akt des Glaubens In trauriger Prozession ziehen sie zum Festplatz Die Zahl der Tod Geweihten soll möglichst groß sein da so das Böse umso wirksamer bekämpft werden kann Einige tragen den San Benito Der ärmellose gelbe Kittel ist bemalt und beschrieben mit den Verbrechen die der Träger begangen haben sollen Der San Benito mit den roten Flammen ist das Zeichen jener Glaubens Frevler die Nachfolter und Gefängnis gestanden und bereut haben ihnen wird eine besondere Gnade zuteil sie werden nicht bei lebendigem Leib verbrannt sondern vorher erwürgt Das Gesicht der Verantwortlichen bleibt verborgen ihre Namen sind vergessen aber ihre Taten sind aufgezeichnet im Gedächtnis der Geschichte Das Castillo de Simancas Hier ließ Casacal V. das Generalarchiv der spanischen Königreiche einrichten 30 Millionen Dokumente darunter auch viele Akten der Inquisition sie belegen wie total der Zugriff auf das Denken war nach der Einführung der Bücherzensur ist es verboten Schriften herzustellen zu vertreiben zu besitzen oder gar zu lesen in denen Juden oder Muslime positiv dargestellt sind Verboten sind die Werke der Humanisten und viele Autoren der Weltliteratur Dante Rabelais Thomas Morus Johannes Kepler Auch in Portugal soll die Inquisition eingeführt werden Als eine Tochter Karls des Fünften Königin von Portugal wird ermahnt der Vater sie in diesem Brief eindringlich jede Ketzerei zu bestrafen und zu unterdrücken gezeichnet Carlos Als Cervantes seinen Don Quixote gegen Windmühlen kämpfen lässt ist in Spanien die Inquisition längst ein Bestandteil des Alltags Der Ritter von der traurigen Gestalt erscheint den Glaubenswächtern wie ein Narr hinter dem Cervantes in Wahrheit aber seine Kritik an den Verhältnissen versteckt Das Misstrauen gegen alles und jeden lähmt das geistige Leben im Land und bringt jede Entwicklung zum Erliegen Die Plaza Mayor in Madrid Ein historischer Ort für Turniere Pferderennen und Stierkämpfe Bei einem Autodafé dem großen Inquisitions Ritual werden die Tribünen für den König den Adel die Mönche die Angeklagten und an höchster Stelle für den Großinquisitor gebaut Der Großinquisitor ist längst nicht mehr der einfache Mönch Er ist mit allen Zeichen geistlicher und weltlicher Macht ausgestattet Dem Autodafé folgt die Hinrichtung der Verurteilten Die Messen sind gelesen die Predigten gehalten die Urteile verkündet Jetzt gehen die Henker ans Werk Das zuschauende Volk ist erregt Das menschliche Mitgefühl der Menge ist ersetzt durch die Abwehr des Leidens und den Wunsch das vermeintlich Böse zu vernichten Eine Ketzerin hat bereut Als Gnadenerweis wird sie erwürgt bevor die Flammen auflodern Das Feuer der Inquisition wird weitergetragen Die Namen Die Namen der Inquisitoren ändern sich Was sich gleich bleibt Wo immer sie erscheinen sie verbreiten Schrecken und Angst Chronisten beschreiben wie das blühende Spanien unter diesem Terror zum Totenhaus und zum geistigen Friedhof verödet Die Frage um Frage um die Reinerhaltung des Glaubens auf die uralte Angst vor Zauberern die Mensch und Vieh schaden könnten Der Jesuitenpater Friedrich Spee von Langenfeld muss als geistlicher Beistand viele Menschen zum Scheiterhaufen begleiten Er wird bald schreiben kaum zu glauben was es bei den Deutschen und besonders es ist beschämend auszusprechen bei den Katholiken unter dem Volke für Aberglauben Missgunst heimliches Gerede und dergleichen gibt Die Obrigkeit bestraft diese Dinge nicht und die Prediger rügen sie nicht sie sind es die zuallererst den Verdacht der Hexerei in die Welt setzen Rückblickend fast spät zusammen ich habe sie zum Scheiterhaufen begleitet verurteilt waren sie alle schuldig war keine Zum Beispiel Bamberg ein Justizskandal aus den Tagen der Blutgerichtsbarkeit zeigt wie wenig Zeit sogar angesehenen Bürgern blieb wenn sie erst einmal durch Denunziation in den Verdacht der Hexerei geraten waren Im Hochstift Bamberg dient Dr. Georg Hahn seit Jahren loyal als Kanzler das heißt als oberster Verwaltungsbeamter da werden seine Frau Katharina und seine Tochter der Hexerei beschuldigt Die Prozessakte erzählt dass kein Jahr verging bis die gesamte Familie Hahn vom Leben zum Tod befördert ist Was war geschehen Es gibt Rivalen und Neider in der Stadt die gegen den Kanzler und seiner Familie die tödliche Intrige anzetteln Dr. Hahn hatte gewagt die Machtbefugnisse der Hexenkommissare in Frage zu stellen Die Prozessunterlagen dokumentieren Seite für Seite wie man in Zeiten des Hexenwahns seine Gegner mitsamt ihrer Familie ausratten konnte Man brauchte nur zu behaupten die Frau des Kanzlers sei eine Hexe weil ihre Mutter auch schon eine war und außerdem habe die Tochter unzüchtige Träume gestanden An einem kalten Dezember Tag holen die Büttel des Gerichts die nichts ahnende Katharina Hahn und ihre Tochter ab in den Hexenkerker Die Stadt Bamberg hatte gerade ein Spezialgefängnis zur Abstrafung und Bekehrung böshafter Menschen gebaut das Malefizhaus in seinem Inneren gab es 27 Gefängniszellen und eine Folterkammer eine Inschrift lautet das Haus wird ein Exempel werden das alle die vorüber gehen sich entsetzen hier wird auch Katharina Hahn die Frau des Kanzlers in Haft schon am darauffolgenden Tag wird sie zu einem ersten Verhör geholt außer dem Stadtschreiber Schmelzing sind zwei Hexenkommissare anwesend die Doktoren Schwarz Konz und Herrenberg um Katharina Hahn einzuschüchtern muss sie bei einem peinlichen Verhör zugegen sein im Protokoll heißt es sie habe trotzdem alle Beschuldigungen zurückgewiesen aber auch hier gilt was Friedrich Spee der Zeuge vieler Verfahren schrieb wer einmal angeklagt wird ist nicht mehr zu retten zum einleitenden Ritual des peinlichen Verhörs gehört die Hexenprobe durch die Prozedur soll das nicht beweisbare bewiesen werden das Opfer soll die Vorbereitungen miterleben auch Katharina Hahn wird der Hexenprobe unterworfen die Richter suchen bei ihr nach einem Mahl oder einer Warze für für die Ermittler steckt hinter jeder Hexe die Fratze des Teufels wenn sie einer Frau vorwerfen sie stehe mit dem Satan im Bunde dann sind es seine Züge in denen sie wie in einem Spiegel die eigenen Abgründe erkennen müssen Der Ablauf fast aller Hexenprozesse folgt einem berüchtigten Leitfaden für die Überführung von Hexen und Zauberern dem sogenannten Hexenhammer Malius Maleficaro Die Erfindung des Buchdrucks verhilft dem Traktat zur schnellen Verbreitung Verfasser sind zwei Dominikaner Mönche aus dem Elsass Vor allem Frauen gelten als verdächtig mit dem Teufel Unzucht zu treiben und sich zu einer Sekte versporen zu haben um Menschen und Vieh zu schaden Das Buch entfacht den totalen Krieg gegen alle die verdächtigt werden einen Pakt mit dem Teufel eingegangen zu sein Auch im protestantischen Deutschland füllen sich die Kirker Die Stadt Quedlinburg stellt heute dieses mobile Verlies zur Schau Der Kasten aus schweren Eichenbowlen wurde auf den Marktplatz gefahren Durch die Luke konnte der Gefangene hinausschauen aber auch umgekehrt Schaulustige Freunde und Feinde konnten hineinschauen Ursprünglich für einen unliebsamen Raubgrafen gebaut soll der Kasten nach dem 14. Jahrhundert auch für andere Gefangene genutzt worden sein Zu den demütigenden Bequemlichkeiten dieses Gefängnisses gehörte auch ein Abort Das Land soll hexenfrei werden vor allem alte überflüssige Esser heilkundige Hebammen und Wohlhabende deren Hab und Gut begehrt wird sie alle sind in Gefahr denunziert zu werden Die Verfolgung der Hexen ist eben auch ein Geschäft Der Grundriss des Bamberger Malefizhauses Kerkerzellen und Verhörkammern in zwei Stockwerken Eine Malefizkommission konnte bis zum Eingreifen des Kaisers im Jahr 1631 und im Einmarsch der Schweden ungezählte Menschen inhaftieren und hinrichten Wer in die Kerker und Folterkammern hinabsteigen muss wird auch noch zur Kasse gebeten Die Angeklagten oder ihre Angehörigen müssen nicht nur selbst für ihre Ernährung aufkommen Ihnen werden auch die Kosten für Prozess Folter und Hinrichtung aufgebürdet Zum Ritual des Hexenprozesses gehört die Vorführung der Folterinstrumente Die Streckbank die Daumenschrauben der Block das Beil zum Abtrennen von Gliedmaßen der eiserne Folterstuhl In Hexenhaber heißt es Während die Bergzeuge aufgestellt werden sollen die Richter den peinlich zu Verhörenden bewegen die Wahrheit frei zu gestehen Wenn er nicht gestehen will übergeben sie ihn den Bütteln Das Lehrbuch der Scharfrichter hat es vorgeschrieben Wenn die Verhörte nicht hat gestehen wollen sollen ihr andere Folterwerkzeuge hingelegt werden mit den Worten dass sie sie aushalten muss wenn sie die Wahrheit nicht gesteht Angst haben auch die Henker Sie befürchten dass der Teufel seine Buhlinnen befreit oder in der Nacht besucht um so gestärkt durch die Unzucht noch mehr Unheil anzurichten Der Hexenhammer ist voll von Überlegungen wie der Dämon mit einer Hexe Kontakt haben kann wie er der doch aus Luft besteht fleischliche Handlungen vollbringen kann Eine schwere Tür soll den Dämon am Besuch hindern und die Folterknechte vor Rache Zauber schützen Der Prozess gegen Katharina Hahn nimmt seinen Lauf Die Hexenkommissare haben es eilig trotzdem wird penibel Protokoll geführt Die Akten berichten Der Hochstifts Kanzler Dr. Hahn ist nach Speyer geritten zum Reichsgericht um Rechtshilfe zu erwirken Er will seine Familie retten Ahnt noch nicht dass jede Hilfe zu spät kommen wird Die Mitglieder der Scharfrichter Gesellschaft haben mit Hilfe des Hexenhammers längst entschieden dass Katharina Hahn eine Hexe ist Die Zusammenfassung der Folter hat ergeben Katharina Hahn leugnet Gott Das Bamberger Protokoll notiert mit trockener Routine welchen Torturen Katharina Hahn vor ihrem Tod ausgesetzt ist Der Hähnen werden Beinschrauben angelegt Sie jammert und möchte gern sterben Noch immer leugnet sie Dann wird sie 75 Minuten auf den Bock gesetzt Jetzt gesteht sie Der Teufel habe sie vor 25 Jahren verführt sie wolle büßen und alles bekennen die Herren möchten Geduld mit ihr haben Die Angst vor den Hexen ist auch die Angst der Männer vor dem Wissen der Frauen Im Kopf im Kopf Männer wird die Kenntnis der heilenden Naturkräfte umgedeutet in die Herstellung von Mixturen in der Hexenküche zum Beispiel einer Flugsalbe für den Besenritt zum Hexensabbat Man Man Nehme Mandragora Tollkirsche Bilsenkraut Bittersüß und Stechapfel Vermenge mit Katzenfett Eselsfett Fledermausblut und Kinderfett Solche Rezepte lassen diffuse Angst aufsteigen vor den Frauen die sich das Wissen um die Naturkräfte bewahrt haben Die keltisch-germanischen Naturreligionen sind im Europa des Mittelalters noch immer lebendig Die Walpurgis Nacht und der Hexensabbat werden gefürchtet als Beschwörung der alten Geister In der Fantasie der Menschen fliegen behexte Frauen auf ihren Besen Stielen zum Hexen Tanzplatz auf dem Blocksberg um sich mit ihres gleichen zu treffen Und auch die Teufel und Unterteufel sind da um sich mit den Weibern zu paaren und dadurch das Böse in die Welt zu setzen Deutschland leidet unter der Last des Aberglaubens Eine Chronik jener Zeit beschreibt die Lage Nirgends gab es Treu und Glauben Es gab keine Ehrfurcht vor der ererbten Religion Auch nicht die Spur von Gesetzen wurde beachtet Die Zeiten waren roh Diese Mundbirne sollte das Opfer daran hindern laut zu schreien Dass ein derartiges Gerät sorgfältig verziert wurde gehört wohl zu den Versuchen das Unfassliche zu verharmlosen Sie ist zum Glück die Ausgeburt einer späteren Schreckens Fantasie die eiserne Jungfrau Diese Tötungsmaschine wurde erst im 19. Jahrhundert gebaut nicht um sie anzuwenden sondern um die Fantasie anzuheizen Die Lust des Menschen an der Grausamkeit ist offenbar so groß dass ihm selbst die fürchterlichste historische Wahrheit noch nicht ausreicht In Bamberg ist Katharina Hahn zum Tode verurteilt wurden Kurz darauf ereilt ihre älteste Tochter und ihren Ehemann das gleiche Schicksal Im Jahr des Herrn 1628 sind alle Mitglieder der Familie tot In den nächsten zwei Jahren folgen ihnen allein in Bamberg mehrere hundert Menschen Einer der Hexenkommissare schreibt in seiner Akten hinter den Namen eines jeden Hingerichteten Friede seiner Seele Unter den Zuschauern musste sich auf Befehl seines Ordens der Jesuiten Pater Friedrich Spee von Langenfeld aufhalten Er war als geistlicher Beistand der Verurteilten abkommandiert Die Praxis der Verfolgung kann er mit seinem Glauben und seinen Überzeugungen nicht vereinbaren Vor der Glut der Scheiterhaufen wächst in ihm der Plan zu einer Veröffentlichung die dem Wahn entgegentreten soll Cautio Criminalis Rechtliche Bedenken wegen der Hexen Prozesse lautet der Titel Aber Spee hat Angst selber auf dem Scheiterhaufen zu enden wenn seine Gedanken bekannt werden Erst der fromme Diebstahl der Handschrift durch einen Freund ermöglicht die Drucklegung Als Verfasser wird ein unbekannte römischer Theologe genannt Langsam weicht die namenlose Trauer auf den Gesichtern der Zeugen der Einsicht dass keines dieser Brandopfer schuldig ist und dass niemand das Recht hat sie als Hexen und Zauberer zu richten und hinzurichten In diesem Archiv in Poznan stoßen wir auf Akten die überraschend sind zusammentragen hatte hatte ein Mann wie Himmler an diesen Akten Suchte er Belastungsmaterial gegen die Kirche oder wollte er aus den Terrormethoden der Vergangenheit lernen Die Akten der SS geben das Geheimnis bis heute nicht preis Auch der Prozess gegen Katharina Hahn und ihre Familie ist in Himmlers Hexenkartei registriert Die Kopien des H Sonderkommandos erfassen in 57 Punkten alle Angaben über die Personen und den Prozessverlauf Name Wohnort Alter Familienstand Konfession Besitz Quelle Staatsarchiv Bamberg Friedrich Spee will nicht länger zusehen wie die Sitten und Gefühle verwildern und die Rohheit der Justiz die Angst der Menschen vor Zauberern und Hexen Teufeln und Dämonen verschärft Er bekennt sich zu seinem Werk Und da geschieht das Unerwartete Er findet Beschützer unter den Bischöfen und im Jesuiten Orden Dann aber gerät Friedrich Spee in die Wirren des Dreißigjährigen Krieges In Trier bei der Pflege von Pestopfern infiziert er sich mit der tödlichen Krankheit Er stirbt nach wenigen Tagen im Alter von 44 Jahren Er schrieb Von dem was in den Gerichten geschieht vom Schrecken der Kerker von der Last der Ketten den Folterwerkzeugen dem Jammer der Armen von alledem haben sie die Theologen und Prelaten nichts erfahren Mit Spee begann die Überwindung des Hexenwahns innerhalb der Kirche Dennoch setzen seine Argumente sich nur langsam durch Die Scheiterhaufen lodern noch mehr als 150 Jahre In Deutschland wird der letzte Scheiterhaufen erst im Jahr 1775 verloschen sein Auch in Spanien verabschiedet sich die Inquisition nur zögernd aus der Geschichte Heute streiten sich die Historiker darüber wie viele Opfer die Inquisition unter Hexenwahn gefordert haben Waren es Zehntausende oder Hunderttausende Nach neueren Forschungen war die Zahl der Opfer geringer als bisher angenommen Niemand wird je die genaue Anzahl der Opfer und schon gar nicht ihre Namen erfahren Zu viele Zeugnisse gingen verloren oder wurden absichtlich vernichtet Und noch viel weniger kann man Antwort finden auf die Frage Wie konnte es überhaupt passieren Unfassbar bleibt all das was der Mensch mit dem Menschen macht Man kann beschreiben was geschah Begreifen kann man es nicht Der oberste Verfolger aller Ketzer ist unterwegs der Groß Inquisitor Er versteht die Weite der spanischen Königreiche als den Weinberg Gottes in dem er alles Unkraut auszurotten hat mit Feuer und Schwert Die Ankunft des Inquisitors macht die Mauer in der Stadt zu Gefängnismauern Von diesem Augenblick an darf niemand mehr die Stadt verlassen Mit dem Auftritt des Groß Inquisitors beginnt eine gespenstische Szene Schon die Titel seiner Ernennungs Urkunde strahlen Macht aus Bruder Thomas de Torquemada Mönch des Ordens der Predigtbrüder Beichtvater des Königs und der Königin General Inquisitor in all ihren Königreichen und Besitzungen ernannt und bevollmächtigt durch den heiligen apostolischen Stuhl Der Schatten der Inquisition legt sich über alle Der Inquisitor wird dazu auffordern jeden anzuzeigen der irgendwie verdächtig ist Kinder sollen ihre Eltern Eheleute ihre Partner Nachbarn ihre Nachbarn denunzieren Die Predigt des Großinquisitors schüchtert die Zuhörer ein Das einfache Volk ahnt die Macht der Inquisition Wer nicht für sie ist ist gegen sie Vor dem Tribunal der Geschichte ist Torquemada der eiskalte Architekt der Verfolgung von Andersdenkenden der herzlose und grausame Fanatiker er selbst sieht sich anders In Segovia war der junge Thomas de Torquemada in das Dominikaner Kloster Santa Cruz eingetreten Hier bildet sich das Weltbild des Mönchs Die katholischen Könige kniend vor der Mutter Gottes aber über ihnen unmittelbar vor dem gekreuzigten Jesus die Dominikaner Der Maler Pedro Berguete stellt Dominicus den Gründer des Dominikaner Ordens als Großinquisitor dar der den Vorsitz des sogenannten Autodafé führt dem Akt des Glaubens Wo er ist ist oben Die Angeklagten sind unten umgeben von ihren Herrschern in entwürdigender Nacktheit inmitten eines öffentlichen und deshalb umso mehr demütigenden Schauspiels Rastlos eilt der Großinquisitor übers Land Seine Bilanz in 18 Jahren zwischen 5000 und 10.000 Menschen die auf dem Scheiterhaufen enden Das Feuer der Inquisition ist zum Instrument des Terrors geworden Thomas de Torquemada ermächtigt und unterstützt von allerhöchster Autorität Im Jahr 1488 Bulle des Papstes Innozenz des Achten Er ermächtigt den Bruder Thomas de Torquemada General Inquisitor dieser Königreiche zur Ernennung von zwei Notaren für die Angelegenheiten der Inquisition Im Kloster Santo Thomas in Avila ist das Andenken an Torquemada den Gründer des Klosters lebendig obgleich sein Grab verschollen ist Der Chor in den die heutigen Dominikaner einziehen diente zu Torquemadas Zeiten auch als Tribunal Der Großinquisitor gilt einigen bis heute als ehrenwerter Mann Er habe Spanien durch seine Intoleranz und Härte im Glauben geeint und damit vor den Religionskriegen bewahrt die wenige Jahrzehnte später das übrige Europa Verwüsteten Nach alten Prozessakten rekonstruieren wir die Geschichte eines angeblichen Kindermordes Auch Torquemada sollte ermordet werden Der Versuch scheitert Der Bedrohte wird zum Richter ein klarer Fall so scheint es Du bist angeklagt ein christliches Kind ermordet zu haben ihm das Herz aus dem Leide gerissen und daraus ein Gift gezaubert zu haben Mit diesem Gift wolltet ihr mich den Generalinvisitor töten Wer waren deine Mittäter Die Anklageschrift gleicht einer Schauerlegende Im Schatten der Kathedrale von Toledo sollen skrupellose Juden ein Verbrechen vorbereitet haben sie wollen die Inquisitoren ermorden sie entführen einen Jungen den sie vor der Kirche aufgreifen Im Dorf La Guardia wird er gefangen gehalten Die alten Leute in den Straßen von La Guardia erzählen die Geschichte vom Kindermord weiter und auch dass die Verschwörer in ihrer Kirche einen Helfershelfer hatten den Sakristan er sollte die geweihte Hostie beschaffen die mit Gift getränkt den Groß Inquisitor töten In einer Höhle am Berg wird das entführte Kind bis aufs Blut gequält und am Karfreitag von den Juden gekreuzigt so die Legende Der Groß Inquisitor selbst überwacht die Stadt Vor allem die zwangsgetorften Juden werden beobachtet Wer kein Schweinefleisch isst oder am Sabbat nicht arbeitet wird verdächtigt insgeheim rückfällig geworden zu sein Jeder Verdacht jede Denunziation wird registriert In besonderen Briefkästen kann jeder jeden anzeigen Das Zusammenspiel zwischen Schreibtisch Tätern und eingeschüchterten Bürgern funktioniert unter der Oberfläche einer scheinbaren Normalität so kalt und gnadenlos wie eh und je Die Inquisition wird zur spanischen Inquisition Die katholischen Könige